Ich stelle vor, mit der Startgruppe 26 Bojan Stoknoyevki vom Powerhouse Ludwigsburg und Startgruppe 8 Michael Philipp vom Powerhouse Ludwigsburg. So, der Viertel-Drehung nach rechts. Viertel-Drehung zur Rückennertsicht. Viertel-Drehung nach rechts. Und nochmals eine Viertel-Drehung zur Frontenertsicht. So, jetzt würde ich euch bitten, mal die Plätze untereinander zu tauschen. Viertel-Drehung nach rechts. Viertel-Drehung zur Rückennertsicht. Viertel-Drehung zur Rückennertsicht. Viertel-Drehung zur Rückennertsicht. Viertel-Drehung zur Rückennertsicht. Viertel-Drehung nach links. Vielen Dank.